Dies ist ein Plädoyer. Mein Plädoyer für die Einfachheit beim Mischen in der DAW, das ich gerne schon viel, viel früher gewusst hätte. Und das hat einen guten Grund, der ziemlich lange zurückliegt, und zwar in den Anfangstagen meiner Studiozeit. Die Geschichte dazu und was das mit diesem EQ zu tun hat, jetzt Recording Block. Schau mal hier, das ist ein ausgewachsener Equalizer, der BX Digital V2 von Brainworks. Mittlerweile als V3 erschienen. Ein guter Equalizer, nicht, dass wir uns hier falsch verstehen, aber der hat so viele Knöpfe und Funktionen, dass er nicht nur den geneigten Einsteiger beim Abmischen komplett überfordert. Was, wenn ich dir verrate, dass genau dieser V2 eines der ersten Plug-ins gewesen ist, die ich mir am Anfang meiner Mix-Karriere von meinem hart verdienten Geld gekauft habe? Um das nochmal einzuordnen, als ich angefangen habe, meine Musik zu Hause aufzunehmen und abzumischen, hatte ich wie du sicherlich auch einen Rechner, ein Audiointerface, ein Mikrofon und ganz viel Enthusiasmus, nur eben leider auch viel zu wenig Ahnung. Aber auch damals gab es ja schon schöne Plug-in-Hersteller und ihre Marketing-Abteilung mit den blumigen Worten und noch mehr Profi-Stimmen à la Bestes Plug-in-Ever, Dave Pensado mischt Christina Aguiera nur noch damit und was weiß ich, Chris Lord, LG sagt, ohne dieses Plug-in klingt mein Mix nicht professionell. Warum erzähle ich dir das? Wie gesagt, der V2 war eins meiner ersten Plug-ins, weil meine Musik ja ohne definitiv nicht professionell klingen wird, aber genau das wollte ich ja, professionell klingenden Sound wie im Radio. Und was soll ich dir sagen, nachdem ich dann den V2 für fast 200 Euro gekauft habe, habe ich ihn bis heute vielleicht zehnmal eingesetzt, aber nicht, weil ich wusste, was ich damit tue, sondern weil man das eben als Profi so macht. Einziges Problem dabei? Ich war ja kein Profi. Das Prozedere war dann folgendes. Ich ziehe den professionellen Equalizer also auf die Spur, lade ein Preset mit passendem Namen und denke, naja, wenn das Preset so heißt, dann muss das ja wohl auch so sein und lasse es einfach so stehen. Ob es jetzt dadurch besser klingt oder nicht, kann ich nicht wirklich beurteilen, denn ich habe ja noch keine Ahnung und die ganzen Knöpfe überfordern mich sowieso. Kommt dir das irgendwie bekannt vor? Dann verrate ich dir jetzt mal, was ich damals schon gerne gewusst hätte und direkt danach dann auch noch, wie du ab deinem nächsten Mix deutlich besser und selbstbewusster mischen wirst. Aber erstmal der Reihe nach. Nicht nur am Anfang einer Mixkarriere, sondern auch und gerade bei Profis sind einfache und schnell zu bedienende Plugins nicht nur gern genommen, sie sind auch erlaubt. Also, als ob man dafür eine Erlaubnis bräuchte. Aber dieser Kompressor hier zum Beispiel, ein LA-2A-Klon, der hat nur zwei Regler. Ein, mit dem man einstellt, wie stark man komprimiert und ein, mit dem man dann das Signal nach der Kompression wieder lauter machen kann. Du willst komprimieren, dreh hier, ist es danach leiser geworden, dann drehst du hier wieder für lauter, mehr musst du nicht wissen. Oder dieser grafische EQ hier, der hat keine frei wählbaren Frequenzen, keinen Q-Faktor, kein Mitte-Seite, keinen dynamischen Schnickschnack oder sonst irgendwas, sondern nur fest eingestellte Frequenzen, die sich über Jahre etabliert haben und die man nur anheben oder absenken kann. Fertig. Und das macht ihn mitnichten weniger professionell, nur weil man damit vielleicht nicht so chirurgisch wie mit einem dynamischen Mini-Notch-Filter bei, was weiß ich, 476 Hertz mit dem Pro-Q3 arbeiten kann. Ganz nebenbei bemerkt, schau mal, was das ganze Ding hier als Hardware immer noch bei Ebay kostet. Weißt du Bescheid? Aber um dich nochmal zu beruhigen, natürlich kannst du deine Spuren mit dem einfachen Kompressor oder dem grafischen EQ nicht so kleinteilig und differenziert bearbeiten, wie das von den vielen Profis auch hier bei YouTube gerne mal gezeigt wird. Aber solange du nicht aus jahrelanger Erfahrung schon vor dem Profi hörst, welches kleine Problem er gleich per Spezial-EQ rausziehen wird, ist es wirklich wichtiger, sich erstmal akustisch auf den breiten Pinselstrich zu konzentrieren und diesen zu beherrschen, bevor du dann irgendwann lernst, den super duper EQ zu nutzen, also den feinen Pinselstrich zu nehmen, um mal hier im Bild zu bleiben. Wenn du dich beim Mischen also immer noch unsicher und von den vielen Plugins und ihren Optionen komplett erschlagen fühlst, dann habe ich folgenden Vorschlag für dich, der dir helfen wird, dich im Mix auf das Wesentliche zu konzentrieren und der dich absolut kein Geld kostet, nur vielleicht ein bisschen Zeit und Disziplin. Mach für deine nächsten fünf Mixer einfach mal Folgendes. Neben den absolut wichtigsten Werkzeugen beim Mischen, nämlich Fader und Panorama, das sind die absolut wichtigsten Werkzeuge, die du immer benutzt, suchst du dir einfach für die nächstwichtigen Hauptaufgaben, also EQ und Kompressor, jeweils nur ein einziges und einfach zu bedienendes Plugin aus, das du ab jetzt immer benutzt, bis du quasi aus dem FF weißt, was es macht, wie es klingt und vor allem, wie es einzusetzen ist. Vorschlag gefällig, für den EQ nehmen wir zum Beispiel den grafischen EQ wie gerade den API 560-Klon und für den Kompressor zum Beispiel den LA-2A mit seinen zwei Reglern oder vielleicht noch einfacher der R- oder A-Vox ausgesprochen auf Englisch mit nur einem Regler und so weiter. Dazu dann vielleicht noch bei Bedarf ein einfaches Delay und einen einfachen Hall aus der DAW, am besten im Standard-Preset und auch gar nicht anfassen und das soll es dann auch erstmal gewesen sein. Ich weiß, das klingt nicht fancy, aber wenn du das durchhältst und dich nach einigen Mixen mit diesen Plugins total sicher fühlst, dann nimm für den nächsten Mixer einfach ein anderes Plugin für die jeweilige Aufgabe, bis du auch das gut genug kennst und so weiter und so fort. Die Komplexität der Plugins, die kannst du ja gerne Stück für Stück steigern. Wichtig dabei ist ja nur, dass du das jeweilige Plugin eine Zeit lang ausschließlich für diese Aufgabe benutzt, bis du es in- und auswendig kennst. Diese Übung macht übrigens auch Sinn, wenn du deine Basics schon soweit beherrschst, aber vielleicht ein spezielles Plugin besser lernen willst. Nimm einfach eine Zeit lang nur dieses eine Plugin und konzentrier dich darauf. Und neben der Tatsache, dass du deine Plugins mit der Zeit viel gezielter und bewusster einsetzt, wächst mit jedem Mix auch dein Wissen und dein klangliches Verständnis, das dich letztendlich dann zu einem viel selbstbewussteren und damit auch besseren Mischer macht. Aber bis dahin, bleib tapfer, halte durch und lass dich von der Aufgabe nicht entmutigen, denn sie macht unendlich viel Spaß und falls du dich mit den einzelnen Frequenzen beim Equalizer noch nicht ganz so sicher fühlst, dann schau als nächstes in dieses Video. Da sehen wir uns dann, bis die Tage, mach's gut und jassu!